hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge material energy hypercubit wir waren jetzt mal stehen geblieben und haben hier grout hergestellt beziehungsweise seared bricks dauert noch ein bisschen weil die pause waren für mich einfach ein paar sekunden für euch ein tag oder zwei aber wir haben natürlich noch ganz viel zu tun und ich habe euch gesagt dass wir mal da rein gehen ich bin mir nicht so ganz sicher ob ich das machen soll aber mein gut da muss man halt mal durch wir wählen jetzt mal ganz kurz die waffe unseres vertrauens die ich hier nicht finde die war da noch in der kiste die hätte ich vielleicht auch mal ausräumen soll der guten longbow 1,6 sekunden 4 hearts 4,85 sekunden 7 hearts eigentlich eine kombination aus dem und dem wäre super aber blöd wenn wir uns so ein slime teil herstellen könnten weiß ich nicht ob wir das wir gucken mal so stencil table dann brauchen wir einen wir brauchen natürlich noch ein stencil da haben wir noch einen blank pattern heißt natürlich für den stencil table so stencil table blank pattern rein das ist der bow limp pattern ähm bow limp genau iron large pay bow limp bow limp genau einen bow limp material kost 1,5 das ist natürlich auch wegen doof 1,5 ähm was hat man denn da slime cactus wir probieren es mal wenn das geht wäre das natürlich schon cool könnte man natürlich theoretisch später auch für cool äh ah jetzt slime bow limp die frage ist sollen wir das mal sollen wir das mal probieren haben wir denn irgendwas anderes da was uns eigentlich nichts wert ist das müssen wir erstmal ausprobieren mhm netherrack ist natürlich auch interessant dirt shard kaktus probieren wir erstmal mit kaktus ob das überhaupt geht weil kaktus shards haben wir genug da und brauchen tun wir es glaube ich eigentlich nicht so ein cactus bow limp und dann kriegen wir noch mal einen kaktus shard zurück ok haben wir zwei und jetzt versuchen wir mal an der tool oh der ist nicht repariert das geht natürlich wahrscheinlich nicht oder nein geht natürlich nicht jetzt müsst ihr das ding erstmal reparieren sollen wir dafür ein eisen hergeben für einen guten langbogen wäre das glaube ich nicht schlecht aber wisst ihr was das ist immer alles im moment gerade ein bisschen zu auffindig sag ich mal dann legen wir den erstmal da rein genauso wie dich dich und dich werden wir dann später noch mal betrachten ah wir nehmen uns jetzt einfach mal einen anderen boom der noch da hinten drin liegt der hat nur vier herzen nur hat aber dafür eine deutlich schnellere draw speed arrow speed ist auch noch mäßig so ja gut wie geht es hauptsächlich um diese draw speed weil dadurch zielt er natürlich äh kann man natürlich schneller schießen plus zwei attack damage wir probieren es einfach mal ähm was haben wir noch alles einstecken das ist die iron pickaxe das ist die die legen wir uns mal auch mal in die kiste für die wertvolle sagen quasi das und das das lassen wir da was haben wir für eine rüstung an bronze durability 208 so schauen wir mal da unten haben wir noch vier übrig das wäre natürlich schon ein besserer schutz und fire protection ich glaube nicht dass wir den hier gerade brauchen legen wir auch mal zurück das da lassen wir mal am mann das lassen wir am mann das da nehmen wir mit das da könnten wir eigentlich mal weglegen und das da brauchen wir als baumaterial legen wir das mal hin da zack hier ist es ich fühle mich immer noch nicht ganz so gut so jetzt geht es mir ein bisschen besser aber ich glaube das wird trotzdem nicht so spaßig wie ich mir das vorstelle deswegen seien wir doch mal auf alles vorbereitet die iron pickaxe wird noch eine zeit lang halten so ungefähr die mitte sag ich wird das hier dann machen wir uns mal einen abgang aus den bereits vorhandenen hochblöcken ah hier geht es schon wieder ab da ist noch nichts oh oh da geht es schon los ich traue mich da nicht so ganz runter wir können jetzt weise eine seite ein bisschen zu machen machen wir mal so tot ist mutig springen wir jetzt da runter oder ja ja ist gut ist gut gut so zugemacht tja und das haben wir glücklicherweise auch gleich zugemacht hat das ist ja cool cool jo dann können wir das hier auch weg machen glaube ich ne ok ich sehe da jede menge Graffel rumstehen ja da geht es ganz runter und was haben wir hier reward pay good ok und ein paar chain teile das ist doch ok nehmen wir alles gleich mal mit so wo geht es hier bergauf äh äh da nein andere seite da geht es bergauf ok das ist die Frage soll man da runter gehen sieht es unfreundlich aus oder soll man da draußen erstmal versuchen für Ordnung zu sorgen das kann in die Hose gehen und die Frage ist auch wo da haben wir einen riesen Behälter oder haben wir auch Material Material und ein Creeper jede menge anderes Material da ist jede menge Gegner das was ich eigentlich will nämlich die Wolle habe ich jetzt noch nicht gesehen hm schauen wir mal nach unten vorsichtig ganz leise ganz leise ok aber so Leiter auf wo haben wir die Leiter hin da Leiter da zack schnell schneller wenn mich jetzt keiner von der Leiter runter schießt haben wir gewonnen cool nein wir haben natürlich nicht gewonnen das wäre zu einfach ne das wäre viel zu einfach die Parcel Co ähm gut wir haben auf jeden Fall unsere Coral Wool damit können wir hier Lost in Space Two Quests with Unclaimed Rewards Yeah Baby die haben wir erledigt Kling Iron jetzt kommt der Iron Pickaxe Super Warfeind ah super Minus Delight das Kling ich glaube das war wichtig so und dann haben wir hier schon mal Grout hergestellt weil wir gegen noch mehr Grout auch gut hm so und was wir brauchen ist das hier das sogar gab es unten wie wir gesehen haben das blaue Zeugs und da Crystalline Zettos das gab es auch unten wenn ihr es richtig gesehen habt ich will mich aber wie gesagt nicht gut vorbereiten drauf auf diesen auf diesen End das werde ich wahrscheinlich auch nie tun mich gut vorbereiten für was magst du eigentlich da cool hm kannst du mir sagen was du tun willst nix hoff ich so das Zeugs hat unter dich auch gleich mal wieder in Sicherheit Silver Seat naja gut ähm das tun wir auch wir bringen die Sachen erstmal in Sicherheit so und vielleicht können wir uns ein paar Leitern herstellen dann würde das vielleicht leichter gehen hier ok 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 keine Ahnung super können wir weitermachen ein paar Leitern mitbringen und da unten haben wir gerade gesehen das sind Unmengen an Monstern ist echt nicht gut Mops naja gut hm schwierige Frage was wir da jetzt machen schwierige Frage aber wie gesagt wir bringen erstmal die Sachen hier in Sicherheit ähm ja schmeißen wir einfach mal hier rein die Seeds waren da hinten haben wir keinen Platz mehr ähm können wir sortieren ha geht so dann Seeds Crowd haben wir noch in der Tasche erst so dass wir mehr bekommen zack zack können wir mal hier gucken die sind nämlich fertig dann kann wir hier die da reinpacken und da haben wir noch wo haben wir das restliche Crowd hingelegt da da Crowd packen wir gleich da rein kann wir loslaufen so dann das da rein das da rein Iron Pickaxe haben wir eigentlich schon ne das ist ja der Witz dabei gut ein Rewardback haben wir noch ein Ohrfinder Ohrfinder ne die Pickaxe na komm schmeiß mal da rein das da hier legen wir auch mal eins mal da rein das wird hier noch wichtig werden das brauchen wir noch Skeleton Skull und das da das ja gut okay und den Red Heart Kanister den wärmer komm her was hab ich dich jetzt okay den Red Heart Kanister legen wir gleich mal wieder da rein so ein Herz mehr kann da unten echt nicht schaden und ich weiß nicht ob der Ohr oder Cleaver haben wir was anderes da bei den Cleaver schauen wir mal hier nochmal äh nein nichts was mich begeistern würde Stone Digger Chlor nichts begeisterndes aber okay packen wir mal noch die Feder eins mal da rein weil dann können wir uns vielleicht später dann noch das eigene Pfeil herstellen Skeleton Skull auch kommt da rein die Rewardback die machen wir einfach mal auf ist eh bloß Müll drin ok ich hatte recht nein ist nicht ganz Müll ist schon richtig aber mh 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 könnte was bessere sein die da hier wo kommt niemand mit können wir uns das noch ein bisschen sparen ähm komm ab in die Höhle des Löwen wir werden doch nur sterben ist doch egal nein egal ist das nicht aber wie wir es so weiter machen wenn wir gleich auf dem Weg dorthin sterben guten Tag Pferd guten Tag Pferd so dann mal da runter und dann war das hier runter oder? genau was es mit dir auf sich hat möchte ich wissen so jetzt müssen wir uns da draußen eigentlich um die Teile kommen da hinten ist grad nicht so viel los ähm machen wir das rum so vielleicht da sind Hühnchen zwei Stück sogar okay das Problem ist wenn ich jetzt hier nicht rausgehe und ein paar Fackeln setze dann habe ich eben Problem weil da draußen alles unbeleuchtet ist also ich muss Fackeln setzen 23 ist natürlich auch knapp aber mehr haben wir gar nicht da jetzt ist hier gleich Polarinis so gut weg 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 oh komm raus so mal schauen wie lange dir das zurückkommt nicht okay oh manne 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 so 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 die haben wir aber irgendwie komme ich da nicht voran damit mit den Methode komme ich nicht voran Rennen mir bleibt fast nichts anderes übrig wir rennen und dann weg dass ich alles erwische was mir es so in Weg stellt nicht meine art oder es ist ja nur ein spiel gleich haben wir da runter gebrät Ah Aber fast bis, fast bis da Nein, nicht schon wieder Wieder in der Overworld Super Super Das war genau der Punkt, wo wir das letzte Mal aufgehört haben Und ich weiß nicht, warum wir da landen So, nachdem wir jetzt wieder da sind Das geht mit CovH-TPX1 Und dann mussten wir uns nochmal in die richtige Position teleporten Findet ihr unter den Config-Einstellungen Unter dem Punkt Perfect Spawn Chasen, glaube ich Aber natürlich geht das nicht ganz so einfach Weil ihr spawnt natürlich irgendwo Deswegen war ich hier auch gerade im Creative-Modus Deswegen stellen wir das gleich mal wieder um auf Utility-Mod So, und jetzt müssen wir uns natürlich unser Material wieder zurückholen Hm, Sheet Äh Steel Dagger Fünfer Tech Damage, klingt gar nicht so schlecht Irgendwas zum Anziehen Ja, haben wir So Jetzt hoffen wir mal einen Baublock oder zwei Irgendwas Ähm Hier haben wir davon ein paar mit So, probieren wir es mal Ob wir uns das Zeug jetzt einfach mal wiederholen können So Interessant wäre natürlich noch, was die Kuh uns liefert Aber das werden wir vielleicht in der nächsten Folge mal uns genauer anschauen Weil im Moment ist mir eigentlich mein Material das Wichtigste Das müsste eigentlich theoretisch im Grab hier liegen Oh, wo ist es? Da Äh, äh, äh Äh Das haben wir abgesichert Dann müssten wir hier Okay, ein bisschen weg Oh, ich will die nicht hauen Flick So Okay Jetzt kann unser Zeugs auch nicht wegglitschen Juhu Wir haben unser Material wieder Uh Erfahrungspunkt ist für uns zwar flöten gegangen, aber pfeift drauf So Dann Das da wollen wir mal auf der drei Oder machen wir mal auf der vier vielleicht Genau Vier Wir haben ein bisschen ausgeleuchtet Das ist ja schon mal ganz gut Dann können wir uns das Zeugs hier wieder anziehen So Dann fühle ich mich schon mal wieder etwas sicherer Dann kommt das auf die eins Da liegt schon wieder am Kopf von mir Ähm Und das dann auf die zwei Theoretisch So Jetzt müssten wir eigentlich dafür sorgen Dass da draußen wieder ein wenig Ruhe herrscht Wobei das ist noch nicht alles gewesen Wir müssten uns eigentlich Oh, 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 oh Gott Noch ein bisschen Platz verschaffen So Mal gucken, wie gut der oben ist Jo Treffer Oh, der hat ein brennenden Pfeil Headshot Jawohl Wenn ich da jetzt rausgehe Habe ich die Vermutung So Schnell wieder zurück Schnell wieder zurück Kuh Geh weg, 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 weg Weg, 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 weg Und hier wird der Hof Anscheinlich Oder? Aha So Dann müssen wir natürlich noch ein bisschen gucken Da ist aber noch Action, da sind noch Polare, die Spinnen, hallo Hühnchen, gehen wir aus dem Weg, weil sonst bist du nämlich gleich Hühnchenfrikassee, komm her, oh daneben, ich hab nicht so viele Pfeile, Mensch, so, die haben wir, die kriegen wir nicht, oh, ein Arsch, oh. Ah, wohl, gut, zumindest haben wir ein bisschen ausgelöscht, jetzt können wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen, Hühnchen, okay, so, dann haben wir hier nochmal ein bisschen die Fernkampf, jawohl, hier, Träger, Hühnchen, Hühnchen, okay, dann schauen wir uns jetzt auf der anderen Seite mal an, wie es da aussieht, da haben wir noch ein bisschen mehr gedacht, und dann haben wir die Spinne hier, die war mal Spinne, Pfeile haben wir noch ein paar, ähm, Puff, weg, und dann mal da hinten in die Menge, jawohl, die Explodierenden hier, bitte hin, ja, die Stärkäse hast du jetzt aber sehr gut, T nuts, was auch nichts täuscht, Du musst schon ein bisschen näher kommen, wenn du was für mich bist. So, eine auf die Mütze. Na? Hau mal nicht. Oh Gott. Okay, da war dann was. Von dir hin. Oh, 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 oh. Oh, du Mini. Und so. Es ist ja gut, ich hab da aus Wien. So, ich bin schon wieder gegründet. Not, du hast deine Lose. Ja, du hast nur was Uneklarung. Die, du hast es. Und dann bist du der Augen. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Gut. So. Da ist noch eine Party Da bin ich schon rausgegangen Natürlich ist das nicht ganz so viel Was will ich hier eigentlich machen? Wir müssen noch mehr Blumen ruhig stellen Das ist noch nicht das nächste Wird schwierig Wird schwierig Dann haben wir noch zwei Töne schon im Senkel gehen können Gehen wir aus dem Bild Gehen wir aus dem Bild Ja super Pfeile sind an Dann müssen wir dann wahrscheinlich gleich mal raus hier Und noch ein bisschen beleuchten Aber im Moment können wir hier noch ganz locker Oh wir haben hier einen billigen Pfeil geschossen Also Bild So Dann noch einen Bösewicht Der mir nicht gefällt Aber So Explodier doch Neben mir Und Nebenbei Natürlich noch ein paar Fackeln setzen Oh mein Mother-Effekt Oh 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 Mist Natürlich Oh Mann Und Wieder Falsche Super Naja Ich würde sagen Ich gucke mich da noch ein bisschen um Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder heißt Monster Kloppen schwierig gemacht Bis zum nächsten Mal Macht's gut Tschüss I Jetzt Jetzt Vielen Dank.